Was geht ab Freunde, mein Name ist Leon und wenn ihr einen Kanal-Trailer sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Nun möchte ich mich erstmal vorstellen, so wie sich das gehört. Also komme ich direkt zur Sache, kurz und knapp, ich bin 15 Jahre jung, liebe das Produzieren und Kommentieren von Videos, aber Sport darf bei mir auch nicht fehlen. Ihr könnt euch auf spannende, unterhaltsame, vielleicht auch lustige und aufwendige Videos freuen, falls das nicht euer Ding sein sollte, schaut sie einfach trotzdem. An dieser Stelle wären ein paar Einblicke fällig, auf welche Videos ihr euch denn so gefasst machen könnt. Daher Film ab oder so. Was geht ab Freunde, mein Name ist Leon und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Bad Wars. Was geht ab Freunde, mein Name ist Leon und willkommen zu einer neuen Folge von Rage Mode. Oh nein. Nein. Du meinst dieses blaue, dieses grü, dieses rote Ding. Ich vertue mich die ganze Zeit mit den Farben. Wart geht ab Freunde, mein Name ist Leon und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Quick Survival Games. Ich gehe auf den anderen, aber er hat mich fast unten, er hat mich fast in der Lava, er hat mich fast in der Lava. Ich falle, bin tot. Nein. Ja, ja, der kam, der kam schon ganz schön. Ich verfüge über einen sehr ausgeprägten Wortschatz. Getwreckt, nigger. Nach diesem Hauch an Einblicken wäre es das fürs Erste gewesen und mehr Infos über mich und meine Person erhaltet ihr in den folgenden Videos. Also, wenn ich euch überzeugen konnte, würde es mich sehr freuen, euch regelmäßig in den Videos begrüßen zu dürfen und ich freue mich ebenso auf eure Kommentare, Kritik und natürlich auch über euer Abo. Das ist nun also der Punkt, an dem ich mich fürs Erste verabschiede. Also macht's gut, ciao und bis zu einem neuen Video.